Uwe ist 34 Jahre alt. Auf ihm lasten schwere Vorwürfe. Er soll seine Ex-Frau geschlagen und seinen Stiefsohn Nico schwer verletzt haben, will es sich aber nicht eingestehen. Der zwölfjährige Nico hat aufgrund gewalttätiger Übergriffe den Kontakt zu ihm ganz abgebrochen. Uwes Ex-Frau hat vor Gericht durchgesetzt, dass er die zwei weiteren gemeinsamen Kinder zurzeit nur einmal im Monat sehen darf. Seit drei Jahren ist er mit Manuela zusammen. Die beiden haben einen zweijährigen Sohn. Uwe wünscht sich jetzt wieder mehr Kontakt zu seinen anderen Kindern. Deshalb will er an einem Anti-Gewalt-Programm teilnehmen. Caring Dads, fürsorgliche Väter, so heißt das Programm. Was haben Sie denn jetzt vor? Ja, ich gehe jetzt zu Caring Dads und mal gucken, was mich erwartet. Ich bin zwar ein bisschen gestresst, aber ich erhoffe mir halt viel davon. Und ich habe mir damals schon gesagt, wir ziehen es einfach durch und gucken, was uns erwartet hat. Wie sind Sie auf das Programm gestoßen? War das eine Auflage vom Jugendamt? Ne, ich habe mir das selber aus dem Internet rausgesucht, über die Diakonie. Ich habe dann den Herrn Schulz kennengelernt. Und er hat mir halt den Tipp gegeben, dass es eine gute Sache wäre, dass es halt ein neues Programm ist. Und wenn ich möchte, halt da teilnehmen kann. Und habe mich dann auch da eingeschrieben. Wird er in dem kommenden halben Jahr sein Verhalten wirklich ändern können, um seine Kinder wieder öfter sehen zu dürfen? Eigentlich heißt das ja Caring Dads, fürsorgliche Väter. Und der Untertitel heißt, nicht nur Väter wegweisen, sondern in einen Weg weisen. Also sie auf einen Weg bringen, wo sie vielleicht gegenüber ihrer Töchter, ihren Söhnen ein anderes Verhalten zeigen können. Und in einem Vätertraining geht es wesentlich darum, dass sich Väter mit ihrem Vatersein auseinandersetzen. Das Training wird von drei Mitarbeitern der Diakonie in Düsseldorf geleitet. Die Gruppe trifft sich jeden Dienstag, insgesamt 17 Mal. Die meisten von ihnen sitzen wegen Gerichtsauflagen hier. Uwe nimmt freiwillig teil. Ich ziehe das jetzt alles einfach durch. Und dann sind wir beim Gericht und sagen, hier habt ihr die Sachen, die ich gemacht habe. Hier meine Lehre, ich habe mich geändert, habe alles gemacht, was ihr wollt. Könnt ihr hier sitzen oder ergeriert sich die ganze Zeit, wenn Sie hier sitzen? Sagen wir so, ich muss viel dafür tun. Das ist auch zwei Jahre her, was ich dafür kämpfen muss. Und mir wird etwas reingedrückt, was ich nicht gemacht habe. Und ich habe schon ein Recht, mich darüber aufzuregen. Hättest du hilfst, um sich darüber aufzuregen? Nein. Eigentlich nicht? Überhaupt nicht. Weil das ist, dadurch leidet nur meine momentane Familie. Je mehr ich mich da reinsteiger, je mehr beunruhige ich sie und je schlimmer wird die ganze Situation an sich. Das war so eine Sache, wo ich noch am Basteln bin, wie es dann wird. Er hat sich sehr viel Mühe gemacht, einen Platz in diesem Vätertraining zu bekommen. Er bestreitet im Moment aber auch noch das schädigende Verhalten gegenüber seinem Sohn. Er bestreitet es in die Grundsätze, er kann sich manchmal nicht daran erinnern. Er versucht eine juristische Beweisführung zu führen, um zu zeigen, dass er so ein Unrecht hat. Und wo er selber auch eigene Zweifel hat. Wie geht es Ihnen nach dem ersten Treffen? Wie ist Ihr Eindruck? Ja, mir schwaben halt viele Sachen im Kopf, ob das wirklich das Richtige ist. Und ob ich mein Ziel damit auch erreiche. Weil keiner vom Gericht oder wie auch immer sagte, ja, das ist das, was du machen musst. Und dann schauen wir weiter. Hallo? Ja, Hand. Hand, andere Hand auf. Und eins, zwei, drei. Seinen zweijährigen Sohn John sieht Uwe täglich. Das ist für ihn Familienleben und Vater sein. Was aber ist es für ein Gefühl, ständig von den anderen Kindern getrennt zu sein? Ja, kein schönes Gefühl. Das tut schon sehr weh. Aber da ich meine Ex-Frau sehr gut kenne, weiß ich eigentlich, dass es den gut ist. Aber um Vater zu sein, gehört mehr dazu, wie jeder weiß. Und im Moment bin ich nur der Spielefreund. Ich bin da die zwei Stunden, handel mit den Kindern da rum, spiele mit den Kindern so gut ich kann, kann erzieherisch nicht wirklich was leisten. Die Mutter meiner Kinder, haben Sie eine auslörende Situation, wo Sie sich zuletzt aus Ihrer Sicht geärgert haben über die Mutter ihrer Kinder? Zum Beispiel, ich rufe sie an und sage, ich wollte halt mit ihr besprechen, wie wir mit den Kindern klarkommen können, dass ich sie da auch mal sehen kann und sowas. Und sie mir dann gesagt hat am Telefon, egal was auch immer passiert, egal was du machst, du kannst 30 Therapien machen. Ich sorge dafür, dass du an deine Kinder niemals rankommst. Und dann war Action im Haus. Sie haben hier zwischendurch gesagt mal, ob es ihr ein bisschen hart gewirkt, der hat ja ein bisschen recht. An welchem Punkt hat denn Ihre Frau, Ihre Ex-Frau recht, aus Ihrer Sicht? Dass ich teilweise ein Arschloch war, gebe ich ehrlich zu. Was hat die Schriftverhalten gezeigt, was man als Arschlochverhalten bezeichnen müsste? Ich habe deine getitcht. Was haben Sie noch gemacht? Ich habe manchmal überreagiert, wie ich hätte nicht reagieren sollen. Sie sagt tyrannisiert. Ich habe ein bisschen gemeckert meiner Sicht. Hört es sich so ein bisschen an, dass Sie an Ihnen getitcht haben? Das hat sie auch verdient? Oder ich hatte da einen Grund für? Sagen wir mal so. Fangen wir mal so an. Es gibt keinen Grund, eine Person zu schlagen. Es gibt aber Situationen, wo man sich manchmal nicht zu helfen weiß. Ich würde mich verarscht. Und in dem Moment habe ich halt eine getitcht. Was heißt denn eine getitcht? Eine getitcht? Du musst mir vorstellen, dass ich eine SMS. Hast du eine Orpherge gegeben oder einen Ellenbogen in die Fresse? Ja, ich habe einen Boxer gegeben. Und dann halt die Armentest gehalten. Was hat denn Ihre Ex-Frau für ein Gefühl, wenn die an diese Situation denkt? Dass ich 100%iges Arschloch bin. Sie sieht nicht Gefühlen. Gefühlen. Wo soll ich das wissen? Ich denke, sie hat Angst. Nein, dann hätte sie nicht so reagiert, wie sie reagiert hat. Wenn jemand Angst hat, dann reagierst du doch nicht so. Ich kenne deine Freundin jetzt nicht, aber du bist ein Kerl wie ein Baum. Das ist eine Idee. Glücklicherweise hat meine Ex-Frau noch Angst vor mir. Vielleicht auch sogar nicht so ganz zu Unrecht. Ja, aber meine Idee ist dann erstens, warum hat sie Angst? Wenn sie anders reagiert hätte, hätte sie keine Angst haben brauchen. Bleiben Sie mal dabei. Bleiben Sie mal dabei. Nur bei der Vorstellung, Ihre Ex-Frau hat Angst. Das ist ein schlechter Gedanke. Nur, jetzt ist es ein bisschen schwer, jetzt würde man im Kopf herum besorgen, etwas umgehen können, Sachen aus dem Weg gehen oder anders zu reagieren, wenn man nicht reagieren kann. Man muss da, glaube ich, was für lernen. Ein Zauberwort heißt noch nicht. Kann nicht, mit noch nicht. Richtig, aber es ist eine Stärke, zu sagen, angenommen, Ihre Frau kommt zu Ihnen und sagt, hör mal, ich habe mich betrogen, zu sagen, Schatz, wir reden darüber. Das ist eine Stärke, anstatt den Regen wegzutreten. Das ist halt einfach, das muss man können. Ja, es ist so, wenn man krank auf Eifersicht oder sonst irgendwas hat, man da ein Problem. Man muss da charakterstark zu sein. Und das ist das, was ich wahrscheinlich noch lernen muss. Wenn die Frauen erzählen, leider darf ich das ja nicht alles sagen. Und da liege ich eine Schweigepflicht. Und manche Mütter sagen auch wirklich, ich möchte nicht, dass sie das meinem Ex-Mann erzählen. Und dann, okay, dann ist das so. Und dann, was die da erzählen, ist manchmal, das kann ich kaum glauben. Weil wir haben ja vorher die Männer oft auch schon interviewt, wie die so die Sichtweise auf die Dinge haben. Und dann die Frauen, das sind verschiedene Welten. Das sind oft ganz verschiedene Welten. Und das, ja, da bin ich immer sehr erstaunt. Und von daher finde ich das auch toll, dass das Konzept das mit einbezieht. Dass wir die Frauen auch interviewen, ist eben auch, dass wir die Weibliche sich da hinzunehmen. Und ganz wichtig für uns auch, im Hinblick auf Wirksamkeit des Trainings vielleicht nochmal zu gucken, wie sieht die Frau das? Wie hat die Frau das währenddessen erlebt? Uwes Ex-Frau hat sich entschieden, nicht vor die Kamera zu treten. Auch seine jetzige Freundin Manuela möchte sich nicht äußern. Wie geht da Ihre aktuelle Frau mit um, mit Ihrer Vergangenheit? Ja, sie wollte es am Anfang halt alles wissen. Ich habe ihr auch nichts verheimlicht. Sie sollte auch alles wissen. Sie sollte wissen, was auf sie zukommt, bevor sie halt mit mir zusammenkommt. Und sie nimmt es gut. Und sie sagt auch, genauso wie ich, so ein Buch sollte man irgendwann schließen. Ja, der rückt auch wieder auf. Sie ist so ganz fein. Prima. Erste Spielballarbeitung. Hätte das schon mal der Papa gesagt und dem Mama? Ja? Ja, sicher. Hast fertig gegessen? Magst du nicht mehr? Ha? Ich habe zu viel verlangt von meiner Ex-Frau. Was sie nicht geben konnte, konnte aber auch nicht helfen. Was ich später eingesehen habe, statt mit dem Putzen oder irgendwie, dass ich gesagt habe, komm, ich helfe dir. Ich bin einfach davon ausgegangen, du musst das können, ich muss arbeiten und das muss funktionieren. Was ich später erst gesagt habe, das kann ja nicht gehen. Man muss das schon an einen Strang ziehen. Man muss sich ja auch vorstellen, da sind jetzt keine Psychopathen. Da sind durchaus Männer mit vielen, vielen positiven Anteilen. Sie haben aber bestimmte Dinge nicht gut gemacht. Und das ist auch so, dass sie da durchaus dran leiden. Sie leiden nicht unmittelbar sofort daran. Sie leiden zunächst einmal an so etwas wie den Folgen. Ich werde in der Wohnung verwiesen, ich habe keinen Kontakt mehr zu den Kindern, ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner Frau. Was möchte ich eigentlich alles nicht? Das sind ja die Folgen. Und so ein Kurs hat ja auch so ein Ziel zu sagen, okay, ich habe die Folgen verursacht. Ein Stück Verantwortungsübernahme heißt das. Ich übernehme Verantwortung für das, was ich getan habe, bin bereit, daran zu arbeiten, dass so etwas nicht mehr vorkommt. Und wenn ich mich richtig erinnere, das ist ja damals Ihr Sohn, Ihre Tochter, ich weiß nicht mehr, wer das gewesen ist. Ein Großer? Ein Großer. Mit dem Bein. Ja, genau. Dass der von schweren Gewaltverwürfen berichtet und Sie das bestreiten. Ich habe es nie bestritten. Ich habe gesagt, es ist möglich, dass es so war. Ich war aber in dieser Momente in Rage und ich weiß es wirklich nicht mehr, ob es jetzt so war oder nicht. Und so habe ich das meinem Sohn auch gesagt. Ich bin ja nicht offensichtlich hergegangen. Das war ja nicht so. Ich bin ausgerastet, weil ich die Wände voll gemalt hatte, habe den Arsch versorgt, bin zurück ins Bett, auf einmal fing der an zu schreien, ging zurück und hat das Bein gebrochen. Im Endeffekt habe ich dann Feuerwehr gerufen, Kreide bleich, und er hatte Angst, klar, hatte Hirn- und Oberschenkelbeinbruch gehabt. Jetzt war er dann im Krankenhaus und wurde dann auch festgestellt, Jugendamtsstoff nicht mehr zu dem Jungen, gar nichts, war alles abgekanzelt und so. Und dann hat der Arzt gesagt, es war ein Drehbruch. Es kann nicht von einem Schlag hergerufen worden sein, weil dann hätte man das Bein nehmen müssen und drehen müssen, weil das Bein eine Fraktur hatte. Und im Endeffekt habe ich an den Arzt geglaubt und habe gesagt, nein, so war es ich nicht. Aber alle haben gesagt, ich war es. Ich war in dieser Zwickmühle. Jetzt habe ich natürlich dem Jungen, wenn er das so wahrgenommen hat, muss ich ihm auch einen Zuspruch machen. Sagte ich, Schatz, es kann wirklich sein, dass es so war. Es tut mir auch leid, es war keine Absicht, aber ich bin mir selber nicht sicher. Ich wollte mir aber selber auch nicht untreu sein. Und er hat halt die Meinung, wegen meiner Ex-Frau, ich hätte einen Power Ranger genommen, so eine Spielpuppe, und hätte eben mit dieser Spielpuppe das Bein gebrochen. Und das stimmt einfach nicht. Und wenn ich das abstreite, dann ist das mein gutes Recht, weil das wirklich nicht die Wahrheit entspricht. Also haben Sie doch eben gesagt, Sie wussten nicht mehr, was... Ja, aber nicht mit irgendeinem Power Ranger. Ich habe den Arsch gehabt, mit der nackten Hand. Wie alt ist er? Elf. Er muss, damit er das versteht, was damals war. Wie alt war er, wo das passiert ist? Drei. Drei. Das war halt der einzigste Vorfall, der damals passiert ist. Ich wusste nur, dass ich wieder was gut machen muss. Und dass ich alles besser machen werde. Und wenn. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl genug, dass ich ihn liebe und gut sein will zu ihm. Wie kann man sich ändern? Was glauben Sie? Man muss es halt wollen. Und ich für mich halt entschieden habe, ich will es. Ich werde auch was wieder gut machen. Und bin sogar bereit, vor vielen Leuten das zu sagen. Und bereue, was halt damals passiert ist. Und deshalb auch offen war, damit man mir auch helfen kann. Seit dem Programmbeginn von Caring Dads sind drei Monate vergangen. Jetzt lernen die Väter konkret, wie sie verantwortungsvoll mit ihren Frauen und ihren Kindern umgehen können. Beim letzten Mal haben wir auch nochmal eine Hausaufgabe verteilt. Und haben Sie das durchgelesen? Sie haben gesagt, nein. Okay. Ich gebe das andere nochmal rum. Ja, wir lesen es nochmal. Kommen Sie das schon? Nein. Also es ist Tatsache. Kinder bemerken sehr wohl, wenn ihre Eltern einen Konflikt haben. Selbst wenn sie sich nicht im selben Raum befinden, können sie Schreie, Weinen und Schläge mitbekommen. Sie bemerken auch die Nachwirkungen der Misshandlungen, wie eine geschwollene Lippe, ein blaues Auge oder wenn man mal krank ist oder Gegenstände kaputt sind. Ich bin wirklich gespannt, was Sie jetzt für Gedanken hatten zu den Auswirkungen. Ich bin persönlich dazu gekommen, dass Kinder doch mehr wahrnehmen, als wir denken. Und anders wahrnehmen, als wir das denken. Und sehr empfindlich sind. Für was werden Sie empfindlich aus Ihrer Sicht? Ein Kind sieht nur das, was man fühlt, mehr als ein Erwachsener. Ein Erwachsener denkt es und ein Kind fühlt es. Grundsätzlich müssen Jungs und Mädels natürlich auch sehen, wenn Eltern sich streiten. Aber die Art und Weise, wie Konflikte gelöst werden, das ist viel prägender. Dann können Kinder nämlich lernen, wie löst man denn das, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Mich stimmt das auch nachdenklich, wenn die Väter dann von ihrer Kindheit erzählen, dass es im Grunde genommen ja ähnlich auch war. Und wenn wir den Vater befragen würden, wäre es bestimmt auch ähnlich. Also das kann man ja auch immer mal zurückverfolgen. Und oft ist es so, dass ja auch deren Kinder auch schon so Tendenzen haben, gewalttätig zu sein und so weiter. Und dass das mal, dass das, es könnte eine Chance sein, das zu unterbrechen. Ja, von Kind auf an war eigentlich sehr harmonisch. Sehr viel Liebe, sehr viel Unterstützung. Ich habe sehr viel eigentlich von allem bekommen, was so sein sollte. Bis zu einem gewissen Punkt. Mein Lebensabschnitt. Und so, mit 13, 14 ging es ein bisschen den Berg runter. Da haben meine Eltern sich verkracht gehabt und waren mit sich mehr beschäftigt als mit mir. Wo meine Eltern, sage ich mal, versäumt haben, mir was zu zeigen. Wie ich mit Konflikte umgehe, die Konfliktbewältigung. Das lernt man alles von den Eltern. Das kann man nicht einfach irgendwo hernehmen. Ich habe es von mir aus gelernt. Und wie bin ich mit dem Konflikt fertig geworden? Ich habe mit jungen Jahren schon Judo gemacht, alles. War mein Konflikt halt meine Faust. Hat dann falschen Freundeskreis bekommen und da ging alles ruckzuck. Der eine hat gekifft, der eine hat sich zur Schule gegangen, der andere hat Autos geklaut. Der wusste schon wie, war dann polnische Kreise. Dann haben wir Autos verschifft irgendwo hin. Dann haben wir, was weiß ich, nicht alles gemacht. Und hauptsache ich war nicht zu Hause. Ja, ist an. Aber guck mal, die Lichter gehen noch. Licht an, an, aus. Wir haben was davon als Väter, als Männer. Wenn wir einen guten Kontakt zu unseren Söhnen und Töchtern bekommen. Und ich frage ja dann immer in dem Kurs, möchtet ihr auf der Hochzeit eure Tochter tanzen? Dann ist möglicherweise die Hochzeit in 22 Jahren. Das heißt also, wenn ich da tanzen möchte, eine Beziehung zu meiner Tochter haben möchte, muss ich heute in meine Vaterrolle viel, viel investieren. Und möglicherweise ein paar Dinge auch mal anders machen. Weil gerade als Mann will man immer ganz schnell Lösungen produzieren. Ja. Das kennen Sie ja wahrscheinlich. Und das ist gerade im Umgang mit Frauen manchmal ganz falsch. Weil die wollen eigentlich keine Lösung von Ihnen haben, sondern die wollen nur, dass sie Ihnen zuhören. Was könnte eine schwere Situation für Sie sein, bezogen auf das Zuhören? Wenn ich jetzt nach Hause komme und eine Frau mich zuquatscht, bis ich ins Bett gehe, ist eine sehr schwere Situation zuzuhören, weil ich seit 6 Uhr auf bin und nicht einmal zu Hause war und einfach nur meine Ruhe habe. Das war eine sehr schwere Situation, als ich heute genug kommuniziert habe. Ne, ne, ich nehme mir das mal zu Herzen. Und das ist mir da richtig bewusst geworden, was ich damals als falsch gemacht habe und ich oft weggehört habe bei meiner Ex-Frau und bei meinem Kleinen. Wenn die mich halt brauchten und ich war halt mit anderen Dingen beschäftigt, anstatt abschalten zu können, habe ich halt die Ohren zugemacht. Und das war halt der Fehler. Und da sollte man auf jeden Fall immer daran denken, dass man ein guter Zuhörer ist. Klar kann man das nicht immer machen, ne, aber dann sollte man lieber sagen, Moment mal, ich kann jetzt gerade nicht so, lass uns das später machen. Auch wenn man sich liebt, ist das, glaube ich, so das Wichtigste, was ein Partner sich wünscht. Einfach nur verstanden zu werden und einen zu haben, der einem zuhört. Wo nehmen Sie eigentlich die Kraft hier, dafür zu kämpfen, dass es weitergeht und dass es in eine positive Richtung geht? Das fragten einige, unter anderem auch meine Freundinnen und meine Familie und meine Mutter, wie schaffst du das alles? Weil es gab ja schon einige Niederschläge. Aber das ist, ich denke, die einzigste Erklärung dafür ist die Liebe zu meinen Kindern. Weil, das sind halt meine Kinder, ich liebe die über alles und ich würde sehr viel für die tun. Ja, ich lasse ja schon los, du kannst ja alleine laufen, aber du kommst mit, bitte. Ein wichtiger Teil von Caring Dads. Gefühle wahrnehmen, sie wieder in den Griff bekommen. Darum werden die Väter in unangenehme Situationen gebracht. So können sie nachvollziehen, wie ihre Gefühle entstehen. Schließen Sie die Augen. Beobachten Sie, wie sich Ihre Bauchdecke beim Einatmen hebt und beim Ausatmen langsam wieder senkt. Erinnern Sie sich nun bitte an ein angenehmes sexuelles Erlebnis aus Ihrer Vergangenheit. Ich werde jetzt gleich aufstehen und jemanden von Ihnen auf die Schulter tippen, der dann anschließend der Gruppe von dem angenehmen Erlebnis berichten soll. Bitte sagen Sie sich nur, dass Sie die Übung gleich beenden werden. Und öffnen Sie dann die Augen. Also ganz, ganz, ganz wichtiger Unterschied. Ja. Hier hat sich überlegt, okay, ich hätte was zu erzählen. Ja. Und da kam dann Anspannung oder Stress, so oft komme ich nicht dran. Und Sie haben sich eigentlich direkt gesagt, ich verweigere mich eh. Richtig. Und dann kam hier auch kein Stress. Dann wollte ich mich auch gar nicht so konzentrieren. Und das ist das, was Sie mit der Übung zeigen wollten, ist nämlich, dass unsere Gedanken machen unsere Gefühle. Ja. Das heißt, wenn Sie Sachen in einer bestimmten Art und Weise sich vorstellen oder bewerten, dann bestimmt das halt die Art und Weise, was Sie für Gefühle bekommen und auch wie Sie handeln. Die Väter sollen später das Modell Gedanken erzeugen Gefühle im Alltag anwenden können. Zum Beispiel, Vater fordert die Tochter auf, das Zimmer aufzuräumen, die Tochter reagiert nicht. Wir führen diesen Ärger und Wut und schreien rum. Was für eine Bewertung könnten wir gehabt haben, damit wir zu dem Verhalten kommen? Wie ich die Situation wahrgenommen haben muss, dass ich anfange, sauer zu werden. Dass sie nicht hört. Ja. Was für andere Gedanken können Sie haben, wie können Sie die Situation anders interpretieren? In erster Linie mal positiv denken. Ja. Was könnte sonst positiv sein? Ja, positiv wäre zum Beispiel, es muss auf jeden Fall einen Grund geben, warum das nicht tut. Ja. Genau. Entweder ein schlechtes Wohlbefinden. Ja. Hat Sorgen, Nöte, will Aufmerksamkeit haben. Das, was Sie da für sich als Erwachsener Mann, Erwachsenerfahrt lernen können, ist die beste Investition in die Zukunft Ihrer Kinder. Wenn Sie da ein anderes, möglicherweise etwas andere Sichtweise erlangen. Ja, der ist schon groß, da muss man sich wirklich doch mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, dass wir da mal vormittags kommen. Ja, zweieinhalb Stunden ein bisschen. Was passiert denn hier heute? Was passiert denn hier heute? Ja, wir treffen meine Kinder und da freuen wir uns schon sehr drauf, weil es ja immer wieder ein Monat her und sie müssten eigentlich gleich kommen. Ist das spannend jetzt oder wie, was ist das für ein Gefühl gerade? Ja, ich versuche mich aber zu beruhigen. Ja, das ist so ein komisches Gefühl halt, ne? Ein bisschen Aufregung. Man weiß am Anfang nie, wie die reagieren. Das ist ein bisschen schwierig. Aber wir sind ja nicht erst seit gestern, Papa. Kein Problem. Wenn man die Kinder nur einmal im Monat sieht, haben sie da eine Chance, Vertrauen aufzubauen, dass sie auch Vertrauen in sie haben. Zwei Stunden hören sich nicht lange an, sind es auch nicht. Aber wenn man da einen Fehler macht, Kinder sind halt sehr feinfühlig. Und dann, aus einer Stunde muss man fünf wieder gut machen. Deshalb muss man da schon wirklich aufpassen. Haben die Vertrauen in sie? Ja. Ja? Ja. Ich denke, dass Julie vielleicht noch ein bisschen Angst hat. Aber das sagt sie meistens nicht. Aber ich denke, ganz tief drin ist noch ein bisschen die Ungewissheit, weil auch der Nico viel erzählt hat. Aber im Endeffekt vertrauen sie mir schon. Aber die reden halt, sind halt Geschwister. Und die reden halt miteinander. Da kommt dann schon mal die eine oder andere Frage, Papa, warum hast du das oder das gemacht? Oder Papa, du bist böse. Was ich ja gar nicht bin. Gar keine Frage. Ich hab Scheiße gebaut auf jeden Fall. Das sehe ich auch ein. Definitiv. Aber ich bin von Grund auf nicht böse. Das wäre falsch. Das Programm Caring Dads geht dem Ende entgegen. Uwe hat sich vorgenommen, seinen Stiefsohn um Entschuldigung zu bitten. Ein Psychologe wird dieses Gespräch begleiten. Wie sieht die Mutter das? Findet die Mutter das wichtig, dass sie da auch auf ihn zugehen und das mit ihm klären? Nach neuestem Stand ja. Aber wir beide sehen das so, dass wir ihn auf gar keinen Fall zwingen wollen. Das würde nichts bringen. Er muss dafür halt bereit sein. Das ist nicht das Einzige, was irgendwann kommen wird. Das weiß ich. Das stimmt aber bestimmt noch andere Sachen. Fragen, die nur ich beantworten kann. Warum auseinandergegangen ist. Warum ich gemeckert hatte. Warum ich mal geschrien habe oder sowas. Und ich denke mal, all sowas wird irgendwann kommen. Auch von Juli. Leon denke ich nicht. Aber Juli auch. Weil die größeren zwei Geschwister haben auch schon miteinander darüber geredet. Und ich denke, je mehr ich an mir arbeite, je mehr bin ich gefestigt. Und je mehr kann ich der Situation Herr sein. Das letzte Treffen der Gruppe steht bevor. Ein Drittel der Teilnehmer ist abgesprungen. Uwe gehört zu denen, die durchgehalten haben. Es ist auch so ein bisschen was mit Wehmut. Also es geht zu Ende. Es ist ein Abschied. Und es war auch eine anstrengende Arbeit. Aber ich habe den Eindruck, dass sich das gelohnt hat. Also die Männer, die jetzt heute Abend noch hier waren, die wir ja immer noch zu den Interviews sehen, sind ja noch nicht ganz weg, haben auch davon profitiert. Nichts falsch. Ja. Also was wir eigentlich gut gefunden haben und was nicht gut oder was? Oder was davon und was wünschen Sie ihm für die Zukunft? Ja, also gut gefunden haben, wie ich an dem hinfinde, dass er immer viel mitgemacht hat und auch zwar anfänglich so ein bisschen schwer mit dieser Sache rausgerückt ist, was ja auch ein bisschen verständlich ist, aber dann auch dazu gestanden hat und das auch eingesehen hat. Also konkret heißt das, dass er jetzt anerkennen kann, was er gegenüber seinem Stiefsohn vor vielen Jahren begangen hat und ganz praktisch, ihm heute heißt es auch, dass er die Besuchskontakte zu seinen anderen Kindern ganz anders gestaltet als vielleicht noch von einem halben oder dreiviertel Jahr. Dass ihm da seine Kinder wesentlich mehr in den Blick geraten sind und er wesentlich weniger als erwachsener gekränkter, potenziell gekränkter Mann da auftaucht. Das denke ich, ist ein großer Schritt und ist auch ein großer Erfolg. Auf der anderen Seite ist aber auch noch zu beobachten, dass er möglicherweise immer noch so impulsive persönliche Anteile hat. Hier sollte er auch noch in Zukunft weiter daran arbeiten, um dann auch ein Stück weit, ich sage das jetzt mal ein bisschen sanopp, gelassener mit seinen Mitmenschen umzugehen. Da ist er sicherlich auch viel, viel weiter gekommen, als er vielleicht mit 25 war, aber das ist auch noch ein Stück Weg für ihn. Was meinen Sie, wird Ihre Ex-Frau Ihnen irgendwann verzeihen können? Vom Gefühl her, so wie wir auch letztens gesprochen haben, will sie mir verzeihen, auf jeden Fall. Es fällt ihr aber noch sehr schwer. Und ich denke, dass so etwas wie mit dem Nico, dieses Entschuldigungsgespräch, auch mit meiner Ex stattfinden sollte. Aber sie muss dafür auch bereit sein. Ich denke mal, dass wir das schaffen werden. Jetzt bald wird ja das Gespräch mit Ihrem Stiefsohn Nico stattfinden. Was würden Sie ihm sagen wollen? Ja, ich denke, das kommt aus der Situation heraus. Ich weiß ja auch nicht, wie er sich verhält. Macht das überhaupt mit oder geht er wieder raus, wenn er mich sieht, ob er überhaupt mit mir redet oder auch nicht. Ablaufen ist ganz klare Sache. Ich werde ihm halt sagen, dass er nichts dafür kann, dass er nicht schuld ist, dass es mir leid tut. Und mein Fehler war überhaupt so, überhaupt so auszurasten. Und es gab überhaupt gar keinen Grund dafür, mich halt entschuldigen dafür, dass es so war. Und dass es halt richtig wahrgenommen hat und sich nicht irgendwas zusammengespendet hat. Und ihm halt sagen, dass ich ihn liebe, egal was passiert, und er bleibt mein Schatz. Aber glauben Sie, inwieweit kann man sich überhaupt verändern? Und inwieweit schlummert vielleicht in allem auch noch so ein bisschen Rest davon, was mal war? Und wie weit muss man das vielleicht auch kontrollieren? Gute Frage. Kontrollieren muss man das immer. Man sollte sich immer kontrollieren. Wichtig ist, dass ich jetzt halt bis jetzt auch immer geschafft habe, meinen Kopf vorher einzuschalten. Ich war halt ein Emotionsmensch. Ich habe halt einfach reagiert auf Sachen, die passiert sind. Im Teller ist runtergefallen, schwupp, da denkt man nicht nach, da fängt man den halt auf. Und jetzt denke ich erst nach, soll ich den auffallen oder tue ich mir weh? Dann lasse ich den schon mal lieber fallen. Das ist halt dann so eine Sache. Und ich denke, man kann es auf jeden Fall in den Griff kriegen. Man muss nur wollen. Das ist genauso wie mit einer Sucht. Ob man jetzt heroin-süchtig ist, alkohol-süchtig ist oder wie man auch immer. Man kann noch so viele Therapien machen. Das hat keinen Sinn. Man muss es wirklich wollen. Und dann schafft man das auch. Und dann schafft man das auch.